Film ab! Und ja, ich werde auch die verschiedensten Genres, Let's Playen, wie Strategie, Wirtschaftssimulation, Jump'n'Run, Adventures und so weiter und so weiter. Also es ist eigentlich alles dabei, was das Herz begehrt. Und ja, vielleicht lesen wir uns ja bald in den Kommentaren und vielleicht hinterlässt du mir ja auch ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen. Auf jeden Fall lesen und hören und sehen wir uns, wie auch immer, dann bei mir in den Kommentaren. Bis dato sage ich dir, auf bald, bis bald und tschüss!